Zu Besuch in Belgrad. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die EU und die Westbalkanstaaten aufgefordert, an dem Annäherungskurs der Region an die EU festzuhalten. Sie hoffe, dass bald wieder Bewegung in den gesamten Prozess komme. Und sie sprach ausdrücklich von langfristigen Interessen der Europäischen Union am Montag in Belgrad um Rande eines Treffens mit dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic. Wir Europäer, ich kann das nur sagen, also wir, die wir schon Mitglied der Europäischen Union sind, sollten uns immer wieder vor Augen führen, dass es ein absolutes geostrategisches Interesse für uns gibt, diese Länder wirklich in die Europäische Union aufzunehmen. Es sei sicher ein langer Weg, bis die Westbalkanstaaten in die EU aufgenommen werden könnten. Das sei unser gemeinsames Ziel, betonte Merkel. Vucic habe ihr zugesagt, dass es bis Ende dieses Jahres Fortschritte bei der Reform im serbischen Rechtswesen geben solle, damit ein neues Kapitel in den Beitrittsverhandlungen geöffnet werden könne. Merkel führte danach weiter in den Konservo-Reisen, um die Regierungschefs der anderen Westbalkanländer zu treffen. Sie betonte, dass sich Deutschland auch nach dem Ende ihrer Amtszeit um die Region kümmern werde. Zugleich mahnte Merkel die sechs Westbalkanstaaten, möglichst einheitlich den Weg in die Europäische Union zu beschreiten. auf braucht es Sie von der Gern Komponenten aus bei dieser Denschaften ne bouffilànst students.